Vor etwa einem Monat habe ich ein Video hochgeladen, in dem es um die 10 schlechtesten Fußballvereine Deutschlands handelte. Doch heute gehen wir noch einen Schritt weiter. Dieses Mal werfen wir einen Blick auf die gesamte Welt des Fußballs. Ich habe mir alle 211 offiziellen FIFA-Mitgliedsverbände und ihre nationalen Ligen angeschaut, um euch den weltweit schlechtesten Fußballverein der Saison 2022-23 zu präsentieren. Von Teams, die keinen einzigen Punkt erkämpfen konnten, bis zu welchen, die fast jedes Spiel zweistellig verlieren. Die folgenden Vereine sind so schlecht, man könnte Schalke mit Real Madrid verwechseln und Star Wars Episode 8 sieht nach dem Video aus wie ein Meisterwerk. In diesem Video geht es um die weltweit 7 schlechtesten Fußballmannschaften der Saison 2022-23. Wie immer gibt es einen kurzen Disclaimer. Ich habe mir alle Ligen angeguckt, die so im Internet zu finden waren. Sollte es irgendwelche Unstimmigkeiten geben, dann weist mich gerne in den Kommentaren darauf hin. Bei manchen Vereinen, vor allem welche aus richtig kleinen Staaten, ist die Anzahl an Informationen nicht so groß, weshalb auch die Recherche paar Löcher vorweisen können. Hier dasselbe, wisst ihr mehr als ich, schreibt dies gerne in die Kommentare. Teams, die ihre Saison noch nicht beendet haben, sich aus dem Liga-Betrieb zurückzogen oder nur aufgrund eines Punktabzuges zu schlecht stehen, werden in der Top-Liste nicht mit aufgelistet. Zum Gegensatz zum Deutschland-Video habe ich Frauenmannschaften nicht berücksichtigt, da es mir doch zu viel Arbeit gewesen wäre. Auch zählen hier nur Vereinsmannschaften und Ligaspiele und nicht allgemein Pflichtspiele. Unterklassige Fußball-Ligen habe ich mir auch angeschaut, aber nur die, die man noch als Profiliga bezeichnen kann. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um mehr über euren Lieblingssport zu erfahren. Und folgt mir auf Instagram, addneurofootball. Nummer 7. BCH Alliance BCH Alliance ist ein Fußballverein, der 2018 in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar gegründet wurde. Der Verein begann seine Reise in der 4. Liga der Mongolei und startete von da aus einen Durchmarsch bis in die mongolische Premier League, die höchste Spielklasse des Landes. In ihrer ersten Saison in der Premier League 2021 erreicht das Team mit dem 8. Tabellenplatz knapp den Klassenerhalt in der Liga. Doch in der darauffolgenden Saison 2021-2022 landeten sie mit nur 10 Punkten auf den letzten Tabellenplatz und wären somit direkt abgestiegen. Das Schicksal meint es jedoch gut mit den Lions, denn der damalige mongolische Pokalsieger von 2018, Athletic 200-20 FC, sah sich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten gezwungen, sich aus dem Liga-Betrieb zurückzuziehen und den Klub schließlich aufzulösen. Dadurch hielten die Löwen die Klasse, obwohl ihre Leistungen nicht wirklich gut waren, insbesondere die Defensive hat sich 2021-2022 nicht besonders mit Ruhm bekleckert. In 18 Liga-Partien schoss er zwar 19 Tore, aber kassierte nebenbei 73 Gegentore. Leider schien sich das Problem der schwachen Defensive auch in der abgelaufenen Saison 2022-2023 nicht zu verbessern. In 24 Liga-Partien kassierte der Verein unglaubliche 156 Gegentreffer. Das sind 6,5 Gegentore pro Spiel. Hier blende ich euch ein paar Ergebnisse ein. Trotz dieser ultraschlechten Defensive muss man ehrlicherweise zugeben, dass die Arbeit der Offensive gar nicht mal so grauenhaft war. Anstatt 12-0 gegen City zu verlieren, verlor man nur 12-3. Anstatt ein 0-7 oder ein 0-8, nur ein 2-7 und ein 2-8. Oder ganz random, man gewinnt gegen den FC Kangaret am 5. Spieltag 1-9, um wiederum am 23. Spieltag gegen sie 3-5 zu verlieren. Mit nur 7 Punkten und einer Tordifferenz von minus 125 wohnen die Löwen trotzdem nicht Tabellenletzter. Der FC Ulaanbaatar City hatte mit massiven internen Problemen zu kämpfen, die zu mehreren Punktabzügen und letztendlich zum Rückzug des Klubs aus dem Liga-Betrieb im Juni führten. Dieses Mal halten die BCH Lions nicht einfach so wieder die Klasse, sondern müssen sich in der Relegation gegen Bavarians FC beweisen. Ein Klub, der 2020 von einem Fanclub des FC Bayern München in der Mongolei gegründet wurde. Dieses Mal war das Schicksal nicht auf ihrer Seite, denn die Lions verloren das Spiel und stiegen somit in die zweite mongolische Liga ab. Nummer 6 Airbus UK Airbus UK Braden FC, kurz Airbus UK, ist ein valesischer Fußballverein. Gegründet wurde der Verein 1946 als Werksteam des britischen Luft- und Raumfahrtwerks von Airbus, daher der Name. 2004 stieg der Verein erstmals in die höchste valesische Liga auf und wurde 2012, 2013 und 2013, 2014 valesischer Vizemeister und erreichte 2015, 2016 das Finale des valesischen Fußballpokals. Insgesamt dreimal nahm er an einer Qualifikationsrunde für die UEFA Europa League teil, schaffte es aber nie über die erste Runde hinaus. Die goldenen Zeiten der Flügelmacher vergingen sehr schnell und nach dem verlorenen Pokalfinale 2015-16 folgte der Abstieg ein Jahr später. Sie stiegen schnell wieder auf, aber genauso schnell wieder ab. 2021-2022 folgte wieder der schnelle Aufstieg und dieses Mal war das oberste Ziel, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. So dachte man zumindest. In der abgelaufenen Saison 2022-2023 wurde Airbus mit keinem einzigen Sieg, nur zwei unentschieden, 18 erzielten Toren und 100 kassierten Gegentoren, Tabellenletzter und stieg innerhalb von fünf Saisons dreimal wieder ab. Ursprünglich hätte der Verein zwei Punkte auf dem Konto haben sollen, allerdings wurden ihnen sechs Punkte abgezogen, da sie im September und ein halbes Jahr später im März eine nicht spielberechtigten Spiele eingewechselt hatten. Dadurch beendeten sie die Saison nicht nur mit einem erneuten Abstieg, sondern auch mit einem Minus von vier Punkten. Nummer 5 Evkavirija Starazagora Evkavirija Starazagora ist ein bulgarischer Fußballverein, der am 15. Juli 2001 gegründet wurde. 2016 stieg der Verein erstmals in die erste bulgarische Liga auf und erreichte 2016-17 das Halbfinale des bulgarischen Fußballpokals. Nach drei Spielzeiten in der höchsten Spielklasse des Landes wurde Verea aufgrund angeblicher Spielmanipulationen aus der Liga ausgeschlossen. Der bis dahin von finanziellen Problemen geplagte Verein musste in der vierten Spielklasse Bulgariens zwangsabsteigen, aber stieg schnell in die dritte Liga auf. Für die Löwen gab es dort keinen sportlichen Aufschwung. Mit nur drei Punkten und einer Tordifferenz von Minus 109 ging es für sie 2021 wieder zurück in die vierte Liga. Obwohl der Verein in der Liga keinen direkten Aufstiegsplatz belegte, erfolgte ein überraschender Aufstieg, nachdem die bulgarische dritte Liga für die Saison 2022-2023 auf 20 Teams aufgestockt wurde. Allerdings sorgten finanzielle Probleme dafür, dass die Löwen keinen konkurrenzfähigen Kader für die dritte Liga zusammenstellen konnten, was sich letztendlich als ihr Untergang erweisen sollte. In den 38 Drittligaspielen konnten sie nur zwei Spiele gewinnen und dies erst am vorletzten und am vorvorletzten Spieltag. Darüber hinaus erzielte der Verein in diesen 38 Liga-Partien nur 24 Tore und kassierte unglaublich 163 Gegentore. Im Schnitt sind das 4,2 Gegentore pro Partie. Nummer 4. HKU23 Hongkong U23 Football Team, kurz HKU23, ist eine im September 2021 vom Hongkonger Fußballverband gegründete Fußballmannschaft. Diese spielt seit der Saison 2021-2022 der Hongkong Premier League der höchsten Spielklasse des Verbandes und besteht hauptsächlich aus lokalen Spielern, die unter 23 Jahre alt sind. Nur fünf Spieler dürfen maximal älter sein und ausländische Spieler dürfen für den Verein gar nicht auflaufen. Inoffiziell wird die Mannschaft oft als Hongkonger U23 Fußballnationalmannschaft bezeichnet, die im Vereinsfußball aktiv ist. Aber offiziell ist sie es nicht, da nicht jeder U23 Nationalspieler beim Verein spielen muss. Auch wenn man damit intensiver die Talente in der Stadt fördern möchte, waren die Leistungen in dieser Saison nicht besonders gut. Die U23 holte in 18 absolvierten Liga-Partien nur einen einzigen Punkt. Zusätzlich kassierte man 67 Gegentreffer und erzielte selbst nur sieben Tore. Das Team beendete die abgelaufene Saison 2022-2023 auf dem letzten Tabellenplatz und würde normalerweise den Gang in die zweite Liga Hongkongs antreten müssen. Doch bei der Vereinsgründung erhielt die U23 vom Hongkonger Fußballverband jedoch die Garantie, drei Jahre lang in der höchsten Spielklasse zu spielen. Da es erst die zweite Saison ist, wird das Fußballteam auch in der kommenden Saison 2023-2024 in der Hongkong Premier League bleiben. Nummer 3. Positive FC Positive Football Club ist ein britischer Fußballverein, der vermutlich erst 2022 gegründet wurde. Beheimatet ist der Verein in Parham Town auf der Insel Tortola. Seine Spiele trägt der Verein im East End Stadium aus, das eine Kapazität von ca. 1000 Plätzen verfügt. Für die Saison 2022-2023 wurde die Liga auf elf Teilen der Mannschaften aufgestockt, wodurch Positive einen Platz in der höchsten nationalen Liga der britischen Jungferninseln erhielt. Obwohl der Vereinsname es so suggeriert, verlief die Debütsaison alles andere als positiv. Bis auf einen einzigen Sieg verlor der Verein alle seine Spiele in der Liga und das mit deutlichen Ergebnissen. Schon am dritten Spieltag hat der Verein eine Tordifferenz von minus 48 und es sollte in den nächsten Spielen nicht besser werden. In der abgelaufenen Saison 2022-2023 erzielte der Neuling in 19 Liga-Partien 19 Tore und kassierte fucking 158 Gegentore, das sind 8,3 Gegentore pro Spiel. Nummer 2 – Cavalier FC Cavalier FC ist ein 1981 auf den Bahamas gegründeter Fußballverein gehörte lange zu den größten Fußballclubs des karibischen Inselstaates. Der Verein aus der Hauptstadt Nassau wurde insgesamt viermal Meister sowie dreimal Pokalsiege auf den Bahamas. Jedoch gehören all diese Erfolge mittlerweile der Vergangenheit an und der Klub ist heute nicht mehr das, was er einst mal war. In der abgelaufenen Saison 2022-2023 beendete Cavalier die Liga mit schwachen 0 Punkten, nur 9 erzielten Toren und 120 Gegentreffern in 18 gespielten Spielen auf ihren letzten Tabellenplatz. Und nach diesem Clip seht ihr die Abwehrqualitäten des Klubs. Bevor wir zu unserer Nummer 1 kommen und zum schlechtesten Fußballverein der Welt gibt es ein paar, wenn man es nennen darf, lobenswerte Erwähnungen. Charles Goumlet aus der algerischen 2. Liga, Islami Kolkile aus Palästina, Robin Hood FC von der Insel Bermuda und Aris Refineu aus der griechischen 3. Liga. Zwar wurde in der Liga keine sportlich schlechte Saison gespielt, aber dafür international. Die Glasgow Rangers haben mit 0 Punkten 2 zu 22 Toren die schwächste Leistung eines Teilnehmers in der UEFA Champions League Gruppenphase hingelegt. Kein Verein war jemals schlechter. Das schlechteste Team in den Top 5 Ligen Europas war SCO Ange mit 18 Punkten und einer Tordifferenz von minus 48. Ähnlich schlecht war auch Sampdoria Genua in der Serie A. Auch hätte er verdient aufgelistet zu werden, hätte es Astro Giugio aus der 3. rumänischen Liga. Denn dieser Klub könnte einigen von euch noch etwas sagen. Nicht lange her wurde dieser Verein rumänischer Fußballmeister sowie rumänischer Pokalsieger. Gleich zweimal schaffte er es, sich für die Gruppenphase der UEFA Europa League zu qualifizieren und erreichte die sogenannte Saison 2016, 2017 das 16. Finale. Nach der Corona-Pandemie, finanziellen Problemen und der Einwuchtung vom Klubeigentümer aufgrund von Geldwäsche musste Astro 2021 zwangsabsteigen und ist 2022 in der 3. rumänischen Liga gelandet. Am 19. Oktober 2022 wurde der Verein aufgelöst und bestritt in der 3. Liga nur 7 Spiele. Diese waren aber so schlecht, dass ich euch die nicht vorenthalten darf. In 7 gespielten Spielen erzielte Astro kein einziges Tor und kassierte unglaubliche 66 Gegentore. Das sind 9,4 Gegentore pro Spiel. Und ich wiederhole, in nur 7 Spielen und der Verein spielte mal international und wurde 2016 rumänischer Meister. Nummer 1. Santos FC Seychelles Santos FC ist ein vermutlich 2021 gegründeter Fußballverein auf den nördlichen Inseln der Seychellen. Direkt nach Vereinsgründung berechtigte sich der Verein für die National Premier League die höchste Spielklasse der Seychellen. Eingeteilt wurde Santos in die Gruppe B gemeinsam mit 5 weiteren Vereinen. Nach 15 gespielten Spielen wurde Santos letzter in der Gruppe mit folgender Bilanz. In jede andere Liga wäre Santos schon längst abgestiegen, da aber die Teilnehmeranzahl in der Liga erhöht wurde, durfte das Team auch in der kommenden Saison 2022-2023 in der Liga verbleiben. Trotz einer zweiten Chance wurden die Leistungen nicht besser, sondern sogar noch schlechter. In der abgelaufenen Saison 2022-2023 gewann Santos weder ein Spiel, noch holte es zumindest einen Unentschieden raus. 0 Punkte auf dem Konto und dazu konnte die Offensive mit nur 3 erzielten Treffen in 10 Spielen nicht besonders glänzen. Aber den kompletten Vogel schießt die Defensive von Santos ab. In wie gesagt 10 Liga-Partien hat der Verein es geschafft erschreckende 86 Gegentore zu kassieren. Das sind 8,6 Gegentreffer pro Spiel. Das macht den von den Seychellen stammenden Santos FC zum schlechtesten Fußballverein der Welt in der Saison 2022-2023. Welche Mannschaft war für euch die schlechteste dieses Jahres und welche Mannschaft ist vielleicht zu Unrecht auf dieser Liste? Auch interessiert mich es, welche von diesen 7 Vereinen ihr schon mal was gehört habt vor meinem Video. Von den lobenswerten Erwähnungen abgesehen, kannte ich davor sogar Airbus UK aber aufgrund des verrückten Logos. Aber schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt welche Torhüter mal in der Bundesliga ein Tor aus dem Spiel heraus erzielen konnten oder was die schlechtesten Champions League Teilnehmer aller Zeiten waren, dann klickt auf das entsprechende Video in der Endcard. Folgt mir auf Instagram, addneurofootball, das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao.